Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Vorher habe ich eine Lampada magica, wie die von Aladino. Aber ein solches Desiderio würde ich nicht mehr sein. Prima di tutto, ich will Geld, dann auch andere Orecke, dann auch die Vestilie, dann auch viele Freundschaften und dann auch noch... Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Sunday's almost over. I'm sure many of you out there are dreading the new week. You can cry on my shoulder again this time next week. Meanwhile, listen to this and dream of the beach. Some people have been writing in, daring to suggest that my musical tastes a more old age than new age. Huh, what a cheek. Let me tell you, I'm a child of the age of Aquarius. Neulich hat ein Stadtmagazin doch wirklich zu meiner Sendung angemerkt, ich hätte einen angestaubten Musikgeschmack. Was für eine Frechheit! Moderner als meine Musik ist doch nur Musik aus der Zukunft. Die sollten mal diese hypermoderne New Age Musik hören. Okay. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top 10 Downloads. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about 100 years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. It's time for all the kids to go to bed. If you've got no worries, you've got no excuse for not being able to sleep. Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently, it's because the Earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. The word piano means a gentle sound. The original name was... Clavichembalo. Col piano. A forte. Yeah, I'll stick with piano. I was finally discovered by a talent agent yesterday. But they wanted me to be in a horror film. They said I didn't even need makeup. How rude! Nice to see you back. It's time for the Download Top 10. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's Top 10 Downloads. 5,000譜は読めない、音符は苦手っていうあんたたちでも 簡単に曲が作れる機会を仕入れたわよ。 歌うだけで楽譜ができる鼻歌作曲に 気ままに鍵盤を叩けば楽譜ができる鍵盤作曲よ。 It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. Hello, residents of Ostilia. Welcome to the first show of Not at the top of your Barbara. Always informed on the latest news with the Nintendo Wi-Fi Connection. And here's the class of the 10 most downloaded songs. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top 10. I'm Barbara. And here are the Top 10 Downloads today. No need for applause. Just send money. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. I kind of expected something to happen during the millennium. So I spent all my money in 1999. Imagine my embarrassment when the world didn't end. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie richtig machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie richtig machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Ojalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco. Porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas. Y querría tener también un asiento muy grande. You don't believe in ghosts and UFOs and stuff, do you? Ah, kids. You're so full of crazy dreams and fantasies. Wait! What's that behind you? Okinawaは昔,琉球王国っていう王国だったのよ. 王国って憧れるわ。 私が女王様でみんな私の前にひれ伏すのよ. え?お前なんかすぐ追放だって? 失礼ね。 知ってた? ライブハウスって和製英語なんだって。 チラシとかポスターとかで使いまくってたわ。 え? クラブミズライブミュージックっていうのが正しいの? そんなの聞いたことないわよ。 おjalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco. Porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas. Y querría tener también un asiento muy grande. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. アラビアンナイトってお話ししってる? 千夜一夜物語とも言うわ。 千夜にわたって シェヘラザードっていうお姫様が語った 200近くの物語集のことよ。 どう? 私ってモノシリでしょ? 知らないの? 知らないの? Wenn ihr eine Jam-Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen-Üben im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. See you next time, and check back soon. It's awfully nippy lately, isn't it? I've got an all-season look, so I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore, so hopefully this tropical music will warm me up. The word piano means a gentle sound. The original name was... Clavichembalu, called piano, A40. Yeah, I'll stick with piano. Alibaba to 40-nin-no-towzoku-no-oh-hanashi-no-naka-de-doukutsu-no-tobira-o-akere-jumon-ga-hi-rake-goma-nanda-ke-do-nande-goma-na-no-ka-sitteru? Tobira-ga-hi-raku-sama-ga-goma-no-tane-ga-tobbidasu-no-ni-niteru-kara-nanda-tte. Ah, non fateci caso, sto per entrare in uno stato, come si dice, transatlantico. Comunque sì, un po' di musica New Age mi aiuterà sicuramente. Laito Untertitelung des ZDF für funk, 2017